Herbst-Spaziergänge lassen sich doch viel besser genießen, wenn die Sonne scheint, wenn man richtig schönes Wetter hat. Und die Sonne wird jetzt wieder häufiger rauskommen und das ist schon heute der Fall, zumindestens in einigen Regionen Deutschlands. Und Grund dafür ist hoher Luftdruck, den sehen wir hier einmal, der setzt sich durch, aber trotzdem sind dann heute noch ein paar Schauer unterwegs. Vor allen Dingen wird es im Norden der Fall sein, aber auch im Süden, wie wir hier sehen, aber die verziehen sich so langsam raus Richtung Süden bzw. Südosten. Und es lockert immer mehr auf und das ist jetzt Freitag 18 Uhr und da sehen wir schon, da ist dann nichts mehr unterwegs. Wir kommen jetzt aber nochmal kurz zurück zum Freitagvormittag und da sehen wir einmal nochmal im Norden die Schauer, die teilweise auch etwas kräftiger ausfallen können. Auch im Süden wird es, wie gesagt, nochmal nass, aber dazwischen, da gibt es dann nochmal viel Sonnenschein und da bleibt es dann auch meist trocken. Und zum Nachmittag hin, da gibt es noch mehr Auflockerungen, da kommt immer mehr die Sonne raus und da sind teilweise nur lockere Wolken unterwegs. Diese dichteren Wolken, die verziehen sich langsam immer weiter raus und spätestens am Abend dann, da bleibt es dann im Süden auch meist trocken. Dazu gibt es nur lockere Wolken und man kann die Sterne schon am Himmel beobachten. Im Norden sind aber weiterhin noch ein paar Schauer unterwegs. Die Temperaturen am Freitag liegen dann zwischen 9 und 14 bzw. 15 Grad hier im äußersten Südwesten. Ja und das heißt, diese Temperaturen, die sind auch etwas milder als in den letzten Tagen und kühler wird es auch in der Nacht, wie wir hier sehen, in der Nacht zum Samstag. 10 bis minus 1 Grad sind dann nur noch mit dabei, das heißt es gibt schon leichten Frost. Und so geht es dann weiter. Am Samstag, da wird es nochmal ein richtig schöner Tag, da kommt häufig die Sonne raus, aber zum Abend hin ziehen dann schon wieder neue Wolken herein, die auch teilweise wieder Regen mit sich bringen. Und die ganzen Wolken verteilen sich dann im Laufe der Nacht zum Sonntag, aber sie ziehen dann auch schon wieder raus und dahinter lockert es dann wieder mehr auf am Sonntag und das wird dann nochmal ein richtig schöner Tag.